Willkommen zurück zu Splatoon 3. Let's go. Wir spielen Turmkommando. Ja. Gucken wir mal. Hatten wir länger nicht. Haben wir jetzt wieder. Die anderen haben wir ja öfter schon. Komm. Ja, komm her. Der ist nervig, der Blaster. Ah ja, der leckt auch ein bisschen. Schauen wir mal, ob man die Führung halten kann. Wäre auf jeden Fall gut. Sieht aber nicht so aus. Nein. Nein. Ja, okay. Ja, aber gut. Ist nicht viel. Was die haben, die Gegner. Komm. Die haben halt gute Waffen. Der Blaster nervt echt. Der ist echt nicht gut. Aber irgendwie, weil er halt so oft schießen kann, ist er halt gut. Komm. Ja, ich fahre mal ein bisschen. Komm. Die 60 Kammer. Ist okay. Ist gut, nehme ich. Müssen die Gegner erst mal schaffen. Komm. Nee. Komm her. Ja. Weiter geht's. Komm. Herunter da. Schade. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Ja. Natürlich. All die diesen nervigen Grundtrag Blaster haben. Komm. Ja. Sonst noch was. Reicht dann aber auch jetzt. Es reicht dann schon langsam. Komm her. Bitte. Bitte. Komm. Ja. Immerhin. Komm. 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 Wir sind aber immer noch genug da von denen. Nein. Mach doch den zweiten Hit. Komm. Komm. Ja, dann habe ich. Komm. Komm. Ja. Ich trau mich da nicht runter. Ich muss auf den Touren. Hm. Weg da. Ja. Toll. Komm. Komm. Ja. Wir sind nicht wirklich gut. Die Gegner sind auch echt gut. Bisschen schlecht für uns. Komm. Komm. Gut. Wir haben den Touren wieder. Komm mit. Ne. Gehe ich den Sniper da oben irgendwie? Nee. Ja nicht. Schade. Da hat mir der zweite Hit gefehlt. Und dann kam der Roller. Den habe ich übersehen. Ja. Ja. Das ist halt sehr gut gespielt von den Gegenden. Ja. Hab ich. Das leckt aber auch. Komm. Ja. Warte. Komm her. Komm. Ja. Okay. Sehr gut. Hopp. Ja. Hab ich. Komm. Ich kann auch nicht alles machen. Aber ein bisschen was kann ich machen. Die haben mich schon gesehen, oder? Jo. Komm. Ja. Toll. Komm. Ich komme da nicht vor. Ja. Schade. Ja. War klar, dass sie auf den Turm gehen. Da hilft aber auch keiner mit. Sich da mal aufzuteilen. Naja. Komm. Komm. Ich muss da mal von hinten herangehen. Auf den Sniper. Ja. Bis ich da wieder hinkomme. Ist halt wieder schon ein Gegner da. Macht ihr halt ganz einfach nicht weg. Dann komme ich auch auf den Sniper. Aber okay. Hat jetzt nicht gereicht. Wir gehen in die nächste Runde. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Bis zum nächsten Mal. blau flussendepot let's go weiter geht's kommt ja okay dann unter da ja einmal rauf hier kommt ja geh hoch jetzt ja habe ich ja komm her okay von der seite ja das geben wir hier auch den checkband relativ schnell weil der echt nah und blöd platziert ist hier auf der map der erste halt weiter und schade da kann ich nur ein hit landen aber okay weiter natürlich da rein ja sonst noch was können meine teamkollegen überhaupt irgendwas anscheinend nicht war toll kriegt er schon irgendwie hin zu stoppen die habe ich auch dann gehen wir mal weiter ja komm komm mit schade macht aber auch echt gut ich kann ihn wieder kriegen ja tun gehen ein bisschen nach vorne machen sogar punkte gut sehr gut schade jetzt müssen wir da auch mal hoch ja habe ich schade der wald relativ schnell wieder gar nicht die trainer nicht mehr setzen ok bisschen was machen wir gut ja immerhin wenn die 12 werden wir nicht erreichen glaube ich aber ok ja und dann einen da hoch ein bisschen später ja ich habe drei bekommen mit der t trainer teamkollegen sollte also gut durchkommen schauen wir mal komm bitte bitte ja was eine starke t trainer und wir haben gewonnen da drei weg bekommen mit einer t trainer da sind bei uns auch einige mit der haftbombe draufgegangen von den gegnern aber da war ja einer dann noch auf dem turm ich glaube zwei sind aufgegangen bei den drei den einen haben wir dann weg bekommen und dann kommen wir durch es war sehr gut nach punkte haben wir sieben gut gemacht wir sehen uns bis gleich in der nächsten jetzt kommen ja weiter geht es schauen wir mal okay wir sind ja bis jetzt noch nicht weit gekommen ja kommen weiter drauf ja 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 schade jetzt hier einfach rein da ja ja aus schade ja okay ja 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 mal kurz auf den turm wieder runter wieder kurz drauf runter weg hier hopp komm ja hopp ja ok bleib bleib ja der bleibt ok sehr gut komm nicht hier runter gehen nicht hier runter gehen ok 42 haben wir das ist klar dass die da jetzt was bekommen aber ist gut das ist schon mal gut dann nach unten fähren wir hier noch ein bisschen ja ja wir kommen ganz gut durch das klappt ja schon mal sehr gut hopp hopp komm her ja dann da lang ja hab ich aber die teamkollegen sind auch drauf geht gerade keiner auf den Turm bisschen schade aber ok komm jetzt aber wieder ja da hinten ok dauert ein bisschen bis wir vorkommen nicht zurückkehren schade guck gegen die Abwasch ist halt auch ja geht dann immer schnell komm weiter hopp denn da runter komm jetzt nicht hergeben schade ja schade dann hopp komm 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 ja weiter dann darüber ja da kriegen wir ganz gut hin hopp 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 komm her ja komm wo ist er wo ist er ja einfach durch da ja haben wir weiter Tinte ich hab keine Tinte mehr ja aber sieht gut aus können wir gehen aber schnell drehen mal 40 ja komm hopp ja weiter komm ja hast du den Turm sehr gut und dann hopp 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 komm her ja na komm einen hab ich weiter komm hopp jo dann komm her na der setzt doch nur seine Haftbomben auf den Turm oh soll er machen der fährt jetzt mal dazu ja haben wir hey hab ich nicht bekommen ok der Hilderinschein ja gut sei auch Verteidigung komm ja einmal können die Gegner noch ja aber wir werden nicht durchkommen sie kommen ja so nicht durch ja ja sehr gut ja 15 haben wir dazu bekommen das ist doch gut genau auch sehr deutlich gewonnen dann am Ende Gegner konnten ja nicht mal durchkommen gut Leute hoffe hat euch gefallen bis zum nächsten Mal im Rutschlumpf tschüss 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 tschüss